einen schönen guten tag und herzlich willkommen zu einem neuen let's play die sims 4 100 baby challenge ja wir werden mit der sims 4 spielen da gehen wir doch einfach mal spiel laden und da haben wir also mein spielstand nummer 3 ist einmal die penny und ich würde sagen los geht ja und ja also die sims 4 funktioniert auf meinem pc sims 3 habe ich auch da kommen auch welche da steht unsere liebe penny die sieht voll hübsch aus das ist die penny mit ihr werden wir jetzt verschiedene männer holen wo wir auch schön viele babys machen können ich guck mal auf ihre bedürfnisse ja wir gehen wir werden mit ihr nicht arbeiten gehen und ja wir haben hier schon ein bettchen eine toilette und so weiter und so fort wie schon gesagt wir dürfen nicht arbeiten gehen wir werden uns auch keinen job suchen aber ich gehe jetzt mal kurz in den baumodus rein freunde da werden wir uns jetzt nämlich mal was gönnen kaufen wir kaufen uns jetzt mal einen schreibtisch ich nehme den in ich glaube wir stellen den da hin oder so dazu noch ein stühlchen dann nehmen wir natürlich unser chef sessel er auch in blau hoch hoch und wenn du jetzt einen pc kaufen der jetzt nicht so teuer ist der reicht dann auch ein paar farben und natürlich wenn sie uns noch eine staffelei kaufen so arbeiten gehen dürfen wir nicht jetzt schaue ich mal das regal verschiebe ich mal ein stück nach hier ja das ist unser starte haus fürs erste um ein bisschen geld zu verdienen werden wir jetzt mit der penny schreiben buch schreiben kind und dann werden wir uns gleich auf die suche machen nach dem ersten sim und ja so name des buches zeiger hält keine und buch wenn ich jetzt zu blöd zu schreiben so 100 babies das ist ein kinderbuch genau da kannst du mal freuen hat die schreibfähigkeit erworben ja kannst du mal wir machen jetzt mal eben schneller hier und ja dass wir das buch auch ein bisschen schneller fertig kriegen ich gucke mal eben kurz in die ähm spieloption weil irgendwie ist hier gerade alles leise audio meinte ich ähm musik option eigentlich alles okay okay schreibt mal dein buch ähm ja ihr könnt ja wenn ihr Lust habt ein paar Männer für Penny erstellen oder auch Häuser ähm nur wichtig darauf bitte zu achten ähm ich habe nur das nur das Space Game also ähm 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 äh ne wer ist das? Summer Holiday äh die brauchen nicht nur Männer ähm wie schon gesagt aufsteht mir ruhig ähm Männer und vielleicht noch ein da ist doch ein Typ wer bist du? es ist der äh äh Scott ähm 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 nach mal hier rein bitte wir können uns mal freundlich und ja wie sieht denn aus ja 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 Merkel Zira glaube ähm z new cranny naya flu 3b ah dumb saber so nach einem kutschneil sport jene kutschneil 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 ähm So, komm, schreib mal ein bisschen schneller, mein Schätzchen. Die Sims 2 werden nicht mehr kommen. Was für eine Erfahrung, ja. Kannst du das Buch doch gleich veröffentlichen? Selbstveröffentlichen 100 Babys, genau. Holla, wer bist du denn? Die sieht aus wie Tarnengeiß, ey. So, ähm, holen wir eben auf deine Bedürfnisse. Eigentlich ganz gut, dann können wir reisen. Dann gehen wir mal gleich in den Stadtpark. Stopp, 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 stopp. Wieso, was hast du denn gerade abgelegt? Warte. Mein Picasso-Pol. Inventar legen. Was hast du denn hier? So, und jetzt reisen wir, suchen uns den ersten Typ. Komm, mach schneller. So, dann werden wir hier in den Park gehen. Da sind bestimmt Menschen. Hoffe ich doch. Und, ja. Wenn euch das Let's Play gefallen sollte, oder ihr neu auf dem Kanal seid, dann lasst doch gerne ein Abo da. Und, ja, es werden auch Sims 3 Let's Plays folgen. So, äh, äh, ja, gut. Hier ist weit und breit. Nicht, nicht, oh, was ist denn jetzt hier los? Nicht ein einzigster. Das macht uns ja nichts. Ähm. Doch, da ist einer. Da hinten. Hallo. Da sitzt einer. Möchtest du uns vielleicht nicht? Deine. So, dann schmeißen wir uns doch erst mal an ihn ran. So, ähm. Wir sind jetzt erst mal ein bisschen freundlich da. Auf den Sim geklickt. Keinen lernen. Ah, ja. Der Spokett. Was soll flirten? Oh. Aufrat zum Pruseln. Hallo, der haut einfach ab. Hobby-loses. Ah, noch. Wo ist jetzt der Typ von vorhin, der hier war? Ist das ein Typ? Hey, du, bleib stehen. Oh, warte mal. Und erst mal durch die Wand. Oder ist das eine Frau? Bleib stehen. Möchtest du uns, hallo? Nein, du möchtest nicht, okay. Ähm, ja. Da, 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 da sitzen doch schon zwei hübsche Männchen. Äh, der ist sauer. Oder ist das eine Frau? Mareike Braun. Hallo. Fabio. Haha. Möchtest du auf den? Oder ist das eine Frau? Fabio, okay. Oh, okay. 다음 Tag, Oberlu, das ist ein foldier. Oh. Pops. Es läuft nicht. Leute, hier sind die ganzen Sims. Da sitzt einer. Ist das? Richtig vorausstehen. Hör auf. Beschämt. Der Typ ist beschämt. Warum ist er beschämt? So, so. Mehr Auswahlfreundlich. Keine Lärm. Vapen. Dribble ist Varspa. Das ist ein Tor. Ich bin mit Kissen und gucken, was passiert. Keine Lärmfragen. Mehr Auswahl. Freundlich. Keine Lärmfragen. Was ist denn die Geschichte? Vielleicht bleibt er dann. Okay. Versuchen wir mal. Einvolle Frage stellen. Ähm. Bitte ein Freund zu sein. Kinniku Swarspa Rinka. Swarspa. Kitsune. Dambila Uribea. Ich muss anbieten. Wovon. 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 Taka, Wovon. Taka, wie Schön heißt. Oh, das ist ja wohl dran. Hahahaha. Da sitzt doch ein hübscher. Ich glaub den hatten wir vorhin, ne? Tag verschönern. Warte. Das werden wir ja gleich sehen. Ja, den hatten wir vorhin schon mal. Geh nochmal weg. So, bleibt aufstehen. Was in der Geschichte erzählen, was macht ihr? Marcel Plaudern. Ach, die gehen... Ja. Gut, die gehen... Oh, geht gleich hinter der Ecke? Um die Ecke? Oder wollt ihr euch auf ne Bank setzen? Was ist das? Der haut einfach ab. Ich glaub das nicht. Du gehst auch auf Toilette. Ich weiß nicht, warum das gerade hakt. Das lief vorhin ganz gut. Aber egal. Wer ist das denn? Na der Winter. Ich weiß jetzt gerade nicht, wieso das so hakt. Du bist auf Toilette. Ach, kannst du Hände waschen, ne? Hm. Ja, also hier läuft gerade kein Sim rum. Außer der Typ da vorne. Bleib mal stehen. Ich möchte mit dir... Freundlich vorstellen. Der Typ ist angespannt. Das ist wieder so ein Landgrab. Kein Lernen. Ähm, freundlich. Ähm, Tagfragen. Wieso? Ähm, noch eine dramatische Geschichte erzählen. Das ist ein Kind. Das ist wichtig. Ne, die sind nicht. Oh. Das ist ein Kind. Ist das nicht. Ich glaube, es ist ein Kind. Das ist ein Kind. Okay, ich kann im Moment bleiben. Oh, äh, Flurbi. Oh, Yibs. Wir haben doch irgendwas mit. Also Penny, du hast heute kein Glück mit den Männern. Tut mir leid. Ähm, Hunger. Ähm, du hast Hunger. Was machst du? Wie ich bin. Dann kannst du wieder nach Hause fahren. Huch. Und, oder? Warte, 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 warte. Da hinten sitzen doch welche. Guck mal da. Ohla. Achso, es ist eine Frau. Upsi. Oder warten die auf dem Bus? Ah, dreieinhalb Stunden später und ich bin immer noch nicht da jetzt. Ähm. Wollte ich morgen? Ich weiß, du hast Hunger. Ich bringe ja gerade nichts dafür. Noch mal ein Schritt schneller. Ja, Sibel. Haha, Sibel. So. Mehr außer freundlich. Äh. Kennenlernen. Warte ich mit dem Typ da unterhalten und nicht mit der Olden. Nach Tag fragen. Freundlich. Nach Karriere fragen. So. Warte ich mit dem abzuhängen. Hände küssen. Na der haut schon wieder ab, oder? Okay, also dann haben wir heute kein Glück. dann geh mal nach hause meine liebe und ja aber wir haben heute leider kein glück mit ihr ach man ist doch doch so bist du denn jetzt also okay ja also wenn euch das gefallen gefällt oder so schreibt doch gerne in die kommentare und ihr könnt mich ruhig auf origin adden kannst du kochen ein kuchen kochen eier mit speck familiengröße und aufpassen wegen unser geld hat die kochen fähigkeit erworben ja das ist doch perfekt ich weiß jetzt gar nicht wie lange ich aufnehmen ich werde nach der folge noch eine aufnehmen ja das muss jetzt wohl essen ja komisch dass das funktioniert qualitätsschlecht ja das ist normal ja ich war jetzt mal deklavt ist keiner bei schreckliches essen ja gut ja kannst du auch kannst du schlafen gehen so das stelle ich schon mal völlig in den kühlfrag das läuft halt auch noch ein bisschen schneller ähm ja wie schon gesagt lektion romant Penny hat eine romantin oh gott oh gott so ein buchlesen angespannt ja dann spiel doch am computer spieler spielen spieler spielen stop wer bist du du bist don lotario spieler czyli ja clássico okay um erst mal würde ich sagen gehen wir duschen mit dir Danach, weil er schon hier dort ist, kannst du das verwenden. Dann kannst du Reste nehmen. Dann kannst du klassisches Gemäldes machen. Wir haben ja jetzt nicht viel, noch mal ein kleines. Dann kannst du schneller latschen, dass das Tier auch was wert und ich hoffe, die nächste Folge wird nicht so gut. Ja, wir haben Hunde, wow, drei Gemälde und so haben wir jetzt dafür bekommen. Drei. So. Aber ich bin ja nicht floh, wenn ich nicht schon einen Plan habe, gehen wir mal auf Mülleimer. Da ist er doch, kostet echt, wie kostet er so viel? Hm, dann verkaufen wir den. Dann kaufen wir den hier dafür. Geld. Kann ich die Bücher nicht auch wegschmeißen? Kann das cool sein? Nein. Nein. Bücher kann man nicht wegschmeißen. Oh. Erstmal ein bisschen schneller. Erstmal ein bisschen schneller. Oh, war mein Stuhl. Wo hast du eigentlich die Bücher? Achso, hier aus dem Regal. Dann räum ich's mal für dich weg, wo er da eigentlich alleine kann, ne? Oh, komm mal. Oh, Sinet. Oh. Oh. So, komm mal. Mach mal, nochmal, nochmal. schneller hier. Hm. Die vielleicht Ansammler verkaufen. Dann rufen wir mal jemanden an. Vielleicht kommt ja jemand, ähm, das heißt, äh, ein Lahn auf aktuellem Grundstück abzuhängen. Mit wem haben wir denn mehr mit dem, ne? Wir laden den jetzt mal ein. Hör auf, den Buch zu lesen. Ähm, wir laden den jetzt ein. Und dann versuchen wir das halt nochmal. Äh, wenn das dann nicht klappt, dann müssen wir mal gucken. Einleitung abzuhängen. Aha. Ja, gut. Er wird gleich hier sein. Hoffentlich doch. Kannst du schon mal ne Klasse... Okay, brauchst gar nicht erst anfangen zu malen. Da ist er nämlich schon. Äh... Ah, zwei freundlich... Drahtchen. Du brauchst jetzt kein Fernsehgucken. Du hast Besuch hier, meine Liebe. So, ähm... So, so. So, ähm... Undendlich. Kann ich leer. Oh, endlich. Ähm, bei Trassenreden. So, ähm... So, ähm... Marcel Lamberts möchte vorbei, ja, ja, komm, komm, wir haben Zeit, ja, mach, solange wir Babys kriegen, vielleicht haben wir dann schon zwei, juhu, wenn wir dann kommen, also, hallo, schön, dass du da bist, ja, ja, ich würde uns eine Rose anbieten, Gauß mit meinem Tisch, versuch mal mal zu flirten, Schlippfrige Fragen stellen, ja, und, äh, fragen, ob sie ein Singel ist. So, machen wir mal anflirten, es läuft, es läuft, Schlippfrige Fragen stellen, hat der Freund schon versucht? So, romantisch, ein Kuss hauchen. Süß, nicht, ich muss dann wirklich teilen. So, romantisch, anmachen. Ja, ja, das, äh, gefällt dem Typen, ja, ähm, das sind sie sich angezogen zu fühlen. Ja, außer Romantik, einfach, ähm, auf den Aufreiten posieren. Das Gefällt dem Florian, ja, so, erst kurz zu eben. Man kann man doch nulieren. Süß, nurben. Hm. ,айн hommes, O-F-Workt, So, versuchen wir jetzt. Ja! Ja! Jo, die erste Folge läuft, Freunde. Ja, 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 ja. Ich hoffe es hat funktioniert. Oh, das wird so spannend. So spannend und so aufregend. Uiuiui, der Kieße war ab gerade bei euch. Eingeschlafen. Schwangerschaftstest machen. Hoffentlich hat er sich dort gebracht. Ja. Ja, wir sind schwanger. Cool. Wir suchen das an. Wollen wir noch einen Kuss hauchen? Puh! Puh! Nib Nub! Auf Wiedersehen. Ich muss los, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, immer wieder gerne. Ich habe gedacht, du musst los. Und jetzt kannst du gehen. Auf Wiedersehen. Oh, Dag Dag! Oh, Sarkimi! Umfra! Du solltest gehen. Äh, bitte gehen. Aber meine Freunde. Wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Und ja, da brauche ich jetzt erstmal einen Screen hier. Ist ja nicht so, dass ich gerade unendliche Screens gemacht habe. Aber egal. Wenn euch die Folge bis jetzt gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo. Und wenn ihr weitere Folgen davon seht, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Ich würde sagen. Wir sehen uns. Bis dahin. Euer Flo. Bis dahin. Ciao. Fuck es nicht so für euch.